Diese zum Kauf angebotene Sieben-Zimmer-Doppelhaushälfte befindet sich im Kreis Darmstadt-Dieburg. 2015 wurde dieses Vier-Etagen-Haus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Keller. Das Gebäude ist luxuriös ausgestattet. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 304 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 262 Quadratmetern. Das Gebäude steht für ca. 748.800 Euro zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF, 2020